hallo und herzlich willkommen hier wieder beim beach club simulator leute es ist wieder so weit ihr wisst doch wie war das jetzt hier ah man jetzt ist ja bin ich wieder total aus sechs uhr noch was das ist halb sieben sehr schön wieso haben wir nur noch 31 k ich wollte gerade sagen wieso haben wir so wenig kohle aber nein wir haben viel eigentlich wir haben eigentlich sehr viel wasser jungen alter sonst knallig den man komm her du kriegst kostenlos schatzsuche man lenkt man hier ab schatzsuche das haben wir ja alles aufgebaut wir sind krank muss irgendwas richtig wertvoll sein wo ist denn die scheiße ich kann nicht sehen lasst mir da ist doch ja der arm reif des amunra der arm reif des amunra ja okay mit dem handy nicht ins wasser ja okay wir machen 1200 k erst angebot wie war 1 25 ok nicht gerade toll aber gut was sollen wir machen antike bronzerin das war's da bietet keiner mehr ich möchte mich verarbeiten ist sendete verkauf zum ersten zeit zum dritten hier nimm die scheiße hier dann haben wir müssen wir noch irgendwas shoppen ich guck mal kurz im wasser weil hier kann ich lulu machen weißt du ohne probleme wir werden erstmal alles so ein bisschen raki aber wir haben schon gut ne jen so da können wir eigentlich noch wodka wir müssten auf jeden fall auch wodka kaufen wir füllen mal auf so dann holen wir uns mal wasser wir nehmen auf jeden fall mal wasser noch mit wodka so jetzt gehen wir mal kurz auf my beach ding wo ich musste ja natürlich auch speisekarte ne speisekarte wo waren wodka wasser das brauchen wir noch oder brauchen wir auch ne also da machen wir auf 20 also ich bin sehr teuer ich bin ja sehr teuer das wissen wir ja wodka kommt hier für 85 die wasserpulle okay die marfe ist teuer 15 rechnung zahlen oiei oiei heiße mitarbeiter sehr gut mach mal auf den club da ich hab hier keine zeit jetzt nahe mann umbauen wollte ich auch noch hier die scheiße ne keke ja aber wir wir haben uns ja geeinigt wir wollten auf den pool hier ne sparen wir werden jetzt erstmal ein bisschen sparen normaler eintritt damit wischig mir den arsch bis hier auch die brauchen wir du hast vip mit so wie deine schnauze aussieht sag doch sag ist da was nicht rechnung ich denn so preis hier bin ich doch wir machen auf 500 500 und jemand auf jute 300 da kommen wir hoch da die scheiße ach so ich habe jetzt ja genau ja ich habe jetzt die preise angepasst ja ist jetzt alles neu und 300 und ja ja 300 kommen kommen sie her mit dem geld kommen sie ja also ich meine das ganze equipment und die ganze verpflegung kostet ja auch eine menge geld also sehen sie es mir nahe dass dass ich die preise natürlich dem markt anpassen muss ich hoffe sie haben trotzdem eine gute zeit hier vip 500 wunderbar mülleimer hier mülleimer da sitzecke eine feuerschale die tag und nacht brennt dahinten hast du will ein whisky hallo ich sit nicht mit junger der will hier ein whisky mann 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 ja ich wollte es ja ich lasse es jetzt erst mal so stehen es kommt hier weil wir wollen ja zuerst die pool ecke durch denn die was ist denn jetzt los also tatsächlich säuft da eine ab ich glaube es ja nicht na gut ich komme bei watch ey watches hier ich bin david hasselhoff ich bin hier um dir zu helfe komm mal raus mit dem dreck da aus deiner lunge ja tschüss war mir eine ehre 300 die aldi will vip supergeil was ist denn muss noch teure teure sachen kaufen nur eigentlich normalerweise müsste ich ähm 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 müsste ich noch teures fressen und so kaufen burger wir bestellen mal ein bisschen nach zwei geht das an wie sie sich über sushi hergemacht haben die ekligen so drei davon und den sandwichen pizza fünfe oh scheiße mann ich drücke immer die falsche tasse jetzt so kommt her hier alle vip rein zack zack klein taui sehr schön das ist ja super das ist ja super so normaler eintritt ist traurig aber gut normalerweise ich bräuchte dann wieder so ein schatz alter der der richtig was bringt wie sieht das aus wir können ja mal anfangen die dinger hier bearbeiten dahin an junge musst du darauf chillen jetzt ey ich will umbauen während ihr hier seid hallo ähm gut was soll das sein also hat jemand mal geschrieben der tanzfläche oder sowas vielleicht wir werden es noch rauskriegen keine sorge so ist der da jetzt hat sich da verpasst jetzt ne wir müssen natürlich aufpassen genau wir machen die da so nebeneinander was haben wir da die feuerschale spaßeshalber hier vorne mal ans wasser machen dann kommt dieses bettchen genau das bleibt doch so wie du warst junge ja wir machen so wir betten nebeneinander kann kann man fummeln ach was jetzt ich was sag weg wunderbar hast du trinkgeld da alter sie nicht ja achso schön schade ja naja gib mir halt mühe für nüch ne mhm alles mal ein bisschen hier rüber bauen liegt dir das an er merkt das einfach hier zwischen scheiße ich muss mich beeilen schnell komm rein johle bevor wir zu haben so hier zack das nehmen wir auch noch mal mit machen wir das hin einfach mal dahinter gestellt ist egal komm rein junge wir bauen das alles so ein bisschen nach da auf die strandseite weil ich will das ja auch natürlich ein bisschen von der toilette weg haben vip wunderbar guck mal wir sind bei 40k oh schade er kommt drauf und muss gleich wieder runter so kann man das hier müll schmeißen oder so das ist nicht möglich wenn sich über dieses objekt ein objekt befindet so achso dann mach doch mal die dusche da weg also das haben sie wirklich noch scheiße gemacht ne guck dir das mal an ist doch krank ist doch richtig krank die scheiße so passt überhaupt nicht leck mir eine fresse so kann ich das jetzt hier irgendwie wo will der hin welche sind mülleimer schmeißen ich will das ist ja gar nicht lindete ja weil der biegt die scheiße mit mir rum wir machen das einfach mal spaß selber vor die toilette ne so was ist mit denen hier wir hauen die hier auch noch hin tak 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 dann haben wir nämlich da die ecke frei genau hier genießen sie den strand so ein bisschen und da können sie scheißen gehen und duschen und da wenn der äh dings dann frei ist kackelding und das hin vielleicht hier hinten bei denen ne vielleicht geiler so hat die ihnen auch noch trinkgeld gelassen ah wunderbar so lobe ich mir das ich meine ich ich muss ja mein arbeitseinsatz muss ja auch belohnt werden leute an ich meine ich acker mir den arsch ab wisst du ich muss doch belohnt werden mit irgendetwas guck mal ran hier so wie spiel haben wir das ja er pennen ihr duscht wir brauchen nicht duschen Leute wir brauchen nicht duschen duschi duschi kacki muss ich bald machen kacki aber noch nicht ich will noch nicht kacki machen ah der kommt mir genau hier liegen ey kollege ey du nimmst den er oh oh sorry oh jetzt halt ich ihn in die in die gartenabteilung hier geschlagen und der ne er löst sich auf wa schade das wäre ganz geil wenn er da reingepackt wäre so backe backe kuchen ne spaß ähm hier ich muss jetzt gucken wegen unerwünschte artikel zu ah ja geil boah ich dachte was macht er denn hier schatz suche hat begonnen kommt leute drückt die daumen drückt doch die daumen was ist das für eine scheiße neuer schatz hiervon das sieht mir aus wie ein bügeleisen oder so 3500 antike antike iron reisen wir machen 4000 mal gucken mal gucken 4500 sehr schön komm geht nicht auf 5000 man alter ist ja eine ätzende scheiße ein teilnehmer ja drecksack naja gut lassen wir gut sein zock zock verkauft dann können wir noch mal kurz gucken schapping lebensmittel nochmal nachbestellen ja warum nicht jo jo haben wir getränke whisky dreimal getränke gehen halt immer gut ne wodka 3 ui 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 shisha zwei davon da haben sie nix genommen sehr schön so dann müssen wir noch mal kurz nach rechnung gucken ich weiß nicht wie die rechnung hier ah ja ok mach gleich auf den laden hier warum nicht wieder falsche tastierdruck ich tanze erstmal guck mal hier im wasser guck was ich drauf hab aha hu yeah zack uah kick dir meine steps an mother fuck ok seien sind ey was machst du hier junge ich hab dich doch erst in den anderen garten da geschickt kann nicht wahr sein ne so jude 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 na wenigstens stehen die duschen jetzt ein stück besser aber geiler wär halt ne einrastfunktion ne das wär halt wesentlich geiler ey das ist wenn das nicht einrastet und du da aus freiem stück da irgendwie die scheiße machen musst schwierig so 46.000 ah ok könnten wir eigentlich mal gucken ob wir noch irgendwie ähm hier Deko Sonnenliegen haben wir ja Regenschirm brauchen wir auch nicht Stühle was ist hier mit so ne table guck mal wir holen uns so ein table und hier erstmal zwei so ne barhocker guck mal kostet er nur 1.250 oh hier geht es jetzt aber ab ne sag mal was ist mit dir los Junge ey wer treibt denn so weißgut ne so wunderbar zack 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 wo ist der Liefertyp da hinten kommt er da hinten ist er vip bam kommen sie rin madam du bedienst hier fälligst mal die erste hier du big spinne jetzt komm mal angerannt da hinten Junge Mann 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 wird ja bekloppt hier oh die sitzen alle da vip immer geil so wo machen wir die bar hin durch die einfach ich mach die einfach mal da hin vielleicht so zwei höckerchen hier ich weiß nicht wie groß die bar ist was ist das denn was zur Hölle ist ey da will der mich jetzt hier eigentlich verarschen geh weg Junge du Stück Kacke was soll das denn sein ok sie chillt sich aber auf jeden Fall schon dahin das ist furchtbar ne ich dachte wirklich da kommt jetzt so äh was haben wir denn hier noch Table ich dachte wirklich Wooden Table Coffee Table Round Modern Table Luxury Table Riegel was ist denn Riegel Oval Bar Counter ok jetzt wollt der schon wieder tanzen ne geht das an normaler Eintritt alter zack das spricht sich hier rum der Teil 50k wir könnten uns jetzt nicht sogar schon kaufen aber das brauchen wir nicht weil da ist nix wir sparen uns die 70 äh die 20k noch und äh dann können wir uns das Teil hier kaufen im Pool da können wir da können wir ne Bar aufbauen und so n Dreck das machen wir kein Problem easy guck mal dauert doch nicht lange ich hab's gewusst wo da Mann du Pisser da dann schwimm doch nicht so weit raus was ist denn ich kann die nicht ah doch Bisser rinn sorry Mann 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 ey ja no problemo da kommt schon wieder der kannst gleich da hinten bleiben ich klopp da gleich da ko mein Gott ey du naja ich sag's nicht ich sag's nicht das hab ich mir auf jeden Fall hier anders vorgestellt was doch immer warum ist das so klein ich dachte hier steht jetzt so ein richtig großes Fass mit zwei so ne das sind halt wirklich Barhocker ne da brauch ich wirklich so ne Bar ich mag aber da drüben beim Pool der mag denn so ne Poolbar weißt du so also koffe ich koffe natürlich hier Whisky da cappuccino mein Gott ey machst du mal ein bisschen wofür hab ich dich eingestellt VIP sehr schön ok hallo Sirs ja nochmal VIP geil hey 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 wo ist mein oh ich wollt grad sagen der ist ja voll mit 54.000 die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen daran arbeiten VIP no problem du kannst dich verpissen Junge flipp hier gleich aus pflanzt deinen Arsch an den Korb da stand VIP komm rin Mann der will nen Kaffee hier und wann will und die wollte ein paar Nuggets oder sowas ne oder Chips Fisch und Chips der will Sushi hey hey und dann äh nächsten Tag nochmal richtig fett so einen guten Schatz finden und dann haben wir dann schaffen wir das sogar noch in der Folge The Pool Area freizuschalten das wär so geil komm alter stell da an und gib mir dein Geld so äh ich meine hab viel Spaß hahaha hab viel Spaß mein Freund ey ich dachte schon guck mal ach ich wollt grad tanzen ich dachte schon da hinten er kommt schon wieder aber jetzt wird's langsam ein bisschen heftig guck mal er er dreht da seine Runde das Arschloch der kommt hier wirklich wieder rein ne nein kein Problem bleib ruhig da vorne ich bearbeite dich gleich da so kommen sie schnell 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 normaler Eintritt sollte ein Witz sein aber wir kassieren auch gut mit dem Essen und Trinken ne gefällt mir gut sie möchte gerne ein Bier Junge guck mal er rennt richtig in die Bar rein ey voll engagiert sag 18 Dollar normaler Eintritt komm rennen schnell 4 Minuten noch ja dann kannst du dich verpissen wieder ja hab ich doch gleich gewusst tschau was ist denn hier ist geschlossen hab ich Rechnung? guck mal die die verlassene Ding hier in Scharen jetzt Trinkgeld ist da drin oh geil mehr nicht das war das war mehr ist da nicht doch ich wusste das ich wusste das was ey Junge du gehst mir sowas von auf den Sack ey ich betonier dir gleich ein du kriegst Betonschuhe Junge und dann ab unter der Erde jei 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 mann der der bringt mich richtig zum kacken der Typ jetzt muss ich aber wirklich einen abknipsen fuck oh mann das ist die Dusche das über äh die Dusche das ist die Toilette die überhaupt schafft runter zu spülen ha 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 na los man jetzt dusch mal ein bisschen schneller ich geh auch noch heute ins Bett ah warte mal wir können ja noch Dings nicht my beach my beach that's my beach ähm wir fangen mal von oben an logischerweise zack zack die haben gar keine Cola genommen ne Kaffee nehmen sie ständig Chaki hier die Shisha okay immer Wodka Wasser 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 wird ihnen zu teuer sein ne Soda ich werd mal Soda nehmen ja genau wir machen erstmal so viel Soda wie geht so Lebensmittel bab 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 Kuchen Kuchen naja hier mit dem Sushi Duschi ne Burger hier kommt Kuchen nämlich auch noch so Kuchen geht sogar genau 10 mal bock und wieder die falsche Taste und jetzt hau ich mich erstmal in die Falle und hoffentlich da haben wir den guten Schatz nächsten Tag schieß mal West schieß mal West on the middle on your chest so was los hier was ist das da was zur Hölle ist das da oben achso er hat's ah ok Müll das nervt mich voll ne mit der Kacke da Hühle Sound table das ist alles so ne kleine Pisse ne ja ok wir gehen auf Schatzsuche ist ja gut und wieder kommt das Schute bei raus ich muss nämlich zum Heiler Geh doch mal unter Wasser. Hä? Boah, schon wieder so ein antiker Ring, ey. Bringt doch wieder nichts. Mann, ich brauche hier was, was 20k bringt. Kuratte. Ja, 200. Willst du mal verarschen, oder? Ja, mach. Inbieter. Kommt wieder. Ja, 225. Klasse. Hm. Wunderbar. Na, 300. Toll. Ja. Tschüss. Verkauft für 300. Kann ich die schon drin lassen? Ja, ne? Schnell Geld einnehmen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ich meine, ich hab, äh, hier, mein Schuppen hier hat ja echt viel zu bieten, ne? 57k. Wir sind eigentlich gut. Gut dabei. Wir müssen nur sparen. Was los, Alter? Mach mich schon an. VIP. 600. Zack, gleich genommen. Du kriegst Sonderbehandlung. Du wirst als Erster bedient. Wenn du, wenn du Bestellungen hast, du kommst als Erster. Ah. Ma'am? Normal. Toll. Ne, dann kriegen sie auch natürlich die normale Behandlung. Normal ist scheiße, ne? Sie kriegen also eine Scheißbehandlung. Setz da in deinen Dreckkorb da. Oder wo auch immer du hin willst. Wo ist denn die jetzt hin? Ach, die geht gleich schwimmen, ja? Ey, pass mal ein bisschen auf die auf. Ich komm nicht, um ihnen zu helfen, ja? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Zack, ich trete mal ein bisschen den Ball. Bis da auch ein paar Kunden kommen. Normal, okay. Ist da gleich deine Zwillingsschwester? Hallo? Nimm die auch gleich mit. Oh, VIP. Sie sind ein Ehrengast. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich hin, wo Sie wollen. Falls da jemand sitzt mit einem normalen Ticket. Schmeißen ihn einfach runter. Bedien die Frau, Mann. Wunderbar. Trinkgeld. Die hat bestimmt Trinkgeld gelassen. 15 Dollar. Crazy. Komm rein. Aber mach hier ein bisschen... Hab Respekt vor den Ehrenkunden, ja? Du bist nämlich nur so eine Flachpfeife. Ah, wieder ein Ehrengast. Willkommen. Tun Sie, wonach Ihnen ist. 60.000, Leute. 60. Schrott. Was haben Sie gesagt? Sorry. Mistsack. Das ist doch kein Geld, was? Was? Der schleicht da schon wieder rum, da hinten. Die alte Kackbratze. Naja, klasse. Ja, genau. Deswegen gehst du auch, ne? Weil du wirst halt behandelt. Oh, ne. Ich glaube, das war ein VIP, ne? Hat er Trinkgeld gelassen? Na, Logo. Also, wenn der hier als VIP reinkam, gerade 600 Dollar abgespiked hat, ne? Ist traurig, dass er dann wirklich nur seine paar Stündchen da geblieben ist und weg will. Ich glaube, der kam und neun oder so schon, ne? Also, er war ziemlich früh. VIP? Na, logisch. Sie sehen mir auch aus wie eine VIP. So, wunderbar. Ein Sandwich da hinten. Der möchte ein Sandwich. Oder sie. Naja. Normal ist halt. Normal. 63.000. Leute, 63.000. Ein Bierchen. Hier wird ein Bier verlangt. Ma'am. VIP kommt sofort. Sir. Du Arsch. 64. Geil. Was hast du? Ah, nochmal. Ja, komm. Soda. Tag. Scheiße, ich hab Soda nicht geändert. Soda, ein Dollar. Kein Wunder. Waren die ne Macke oder was? Soda? 20 Dollar, das Soda. Was hat Heiken noch? Ist der Chicken so billig? Der Kuchen. Spaghetti? Achso, hab ich gar nicht. Der Chicken hab ich auch nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Ich hab nur den Kuchen geholt, ne? Ja. Sandwich mag ich mal ein bisschen hoch auf 25 Dollar, ne? Was ist das für ne Scheiß hier? 60 Dollar, egal. Warte, das. Darkie haben wir nicht. Sinn haben wir auch nicht. Wasser, okay. Gut, 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 gut. Oh, hallo. VIP, gerne doch. Yo. VIP, gerne doch. 66. 66 K. 66 K. Lass mein Trinkgeld liegen. Wäre nicht gierig erscheinen, aber VIP, kommen Sie doch bitte rein. Ma'am. Da will jemand einen Hamburger. Da will jemand eine Wasserpfeife. Da will jemand Wasser oder einen Gin? Gin hab ich gar nicht, ne? Sir, VIP. Na, kommt sofort. Zack. Sehr schön. Ich muss aber ein bisschen sparen, ne? Aber wenn ich auf einmal bezahlen muss, die Gehälter und so. Fuck, 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 fuck. Kommen Sie rein. Was ist denn hier? Ah ja. Was auch immer. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Nächste Folge auf jeden Fall der Pool. Steht schon fest. 100 Pro. 100 Pro-ig. What the fuck? Joa, entspannt euch mal, wa? Ihr beiden Hagebuttentees. So, komm mal her hier. Zack, 300. 69.000. Geil. Und Trinkgeld. So, Bierchen. Zack. Sehr schön. Da hinten will auch noch jemand ein Bier. Schnell. Hier brauchen wir immer noch Sushi. Wann haben wir da? Normaler Eintritt. Das ist scheiße. Sushi. Sehr schön. Komm, jetzt mach hier noch ein VIP. Mach die 70 voll, Junge. Nein. 70.000. Wunderbar, wunderbar. Wir haben die 70.000. VIP. Wunderbar. 70.000. In der nächsten Folge werden wir die Scheiße eröffnen. Ja, das machen wir in den nächsten. Auf jeden Fall. Wir könnten jetzt schon... Nee. Nee. Muss auch gucken. War wegen Rechnung. Habe ich Rechnung? Nee. Habe ich nie. Mach mal ein bisschen hin, Junge. Damit du auch noch rein kannst. Ich brauche dein Geld. Sehr schön. Danke. 72.000. Wunderbar. Habe jemand Kuchen? Mach hinne. Ey, wenn du... Dann bist du gefeuert, wenn du es nicht schaffst. Ja. Ah ja, den hat er noch... Ne? Er hat noch abgesahnt. Die hat sich wohl den Kuchen noch in den Schlund geschoben. 71.000. Ey, wir kaufen das Scheißding. Wir haben es gekauft. Leute, wir haben es. Wir haben es. Und genau hier beenden wir auch die Folge. Wir haben den Pool. Yes. Auf jeden Fall. Und genau da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich werde jetzt noch schlafen gehen, damit er speichert. Und dann können wir den Pool in Angriff nehmen, ne? Dann nehmen wir den Pool in Angriff und, ähm... Ja. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut da rein und Ciao. Ciao.